Heute war der letzte Lauf der Grand Slam Serie hier in Notwil. Wie immer haben sich die Veranstalter etwas cooles überlegt. Am Morgen war der erste Teil im Kernwald mit einem coolen Schläfensystem, das man immer wieder gesehen hat. Gegenwertkontakt liegt mir eigentlich immer sehr gut. Darum konnte ich die letzte Runde im Finale gut dranbleiben und dann noch einige Reserven haben. Nach der ersten Etappe im Kainwald sind wir hier auf Notwil gekommen, wo das Gelände ganz anders ist, wo es Urban ist, wo man schnell und kurz entscheiden muss. Wir haben ein neues Treffen. Nachdem ich am Morgen im Wald noch Mühe hatte und Fehler gemacht hatte, ist es mir am Nachmittag viel besser gelaufen. Vor allem in der letzten Etappe hatte ich Rückstand, aber dennoch konnte ich aufholen mit dem Schlussspurt und Simona überspurten. und so hat es mega Spass gemacht, den Sack noch zuzumachen und jetzt den Grand Slam noch zu gewinnen. Das letzte Rennen. Bis zum nächsten Mal. Komm, komm, komm!